Zu den Vergabeunterlagen gelangen Sie bei Vergabe24 auf drei Wegen. Erstens über die Bestellübersicht, zu der Sie auch über das Dashboard gelangen, zweitens direkt über den Bestellvorgang, drittens direkt über die Verknüpfung für das Vergabe24-Bieter-Cockpit auf dem Desktop. Durch einen Doppelklick auf die jeweilige Ausschreibung werden die Vergabeunterlagen heruntergeladen und angezeigt. Nach dem Download klicken Sie unter Aktion auf die Auswahl zur Durchsicht bei den entsprechenden Vergabeunterlagen. Die Übersicht öffnet sich. Ihnen werden hier alle Vergabeunterlagen dieser Ausschreibung in einer Lesefassung angezeigt. Die einzelnen Dateien öffnen Sie durch Auswahl der Schaltfläche oder Doppelklick auf die Datei. Die bereitgestellten Informationen können Sie nun dem jeweiligen Dokument entnehmen. Der entsprechende Bearbeitungsstatus wird Ihnen in der Übersicht angezeigt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Teil der Maske die Unterlagen nur zur Ansicht und für den Export auf Ihren Rechner bereitgestellt werden. Für das Ausdrucken der kompletten Vergabeunterlagen wählen Sie über das Menü die Auswahl Drucken. Wenn Sie die Unterlagen bearbeiten wollen oder alle Dokumente, die Ihr Angebot umfassen muss, sehen möchten, Sie in die Ansicht Angebotsunterlagen zur Bearbeitung. Wie Sie die für das Angebot relevanten Dokumente bearbeiten und ein Angebot abgeben können, sehen Sie in einem separaten Video.